Hi und herzlich willkommen zu meinem kleinen Schmathunger. Heute machen wir Kartoffel-Vedges. Und alles was ihr dazu braucht sind Kartoffeln, Paprikapulver, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder mit meiner kleinen Folge Hunger. Passend zu meinen Kartoffel-Vedges könnt ihr gerne 7 Diebsaucen zubereiten. Hier das Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren ist immer kostenlos. Und noch bis nächste Woche. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020